So, jetzt mache ich das Vanilla Secret wirklich. Dummheit. So, jetzt bin ich wieder hier. Es war nicht weit, aber ich habe es trotzdem mal rausgeschnitten. Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass mir das passiert. Gibt es wahrscheinlich auch wieder irgendeinen Trick. Okay, was ist das? Wahrscheinlich kommt man da raus, wenn man das Secret-Ex noch nicht nehmen will. Aber ich weiß es nicht. Also, die Level sind ziemlich kurz. Oder? Ach ne, war es das jetzt? Ah. Ich versuche immer ganz hoch zu kommen, aber das schaffe ich nicht. So. Jetzt habe ich vergessen, hier das Aufnahmefenster offen zu haben. 17 Minuten. Okay. Vanilladome 3. Oh, so ein Level. Ich vermisse hier diese Lava-Gegner. Die sollten ja irgendwie bei... Ah ne, bei Yoshis Island waren sie glaube ich dabei. Aber bei Yoshis Dobi verworfen oder so. Ich bin mir aber auch wieder mal nicht sicher. Jetzt wo ich die Lava sehe, muss ich auch daran denken, wie heiß es hier ist. Es sind über 30 Grad. Das ist schon ziemlich belastend. Und... Alter... Ach... Ne, man kann da... Genau das. Das ist der Trick. Okay. Als ich... Als ich das Item da gesehen habe, dachte ich mir erst, wo ist der Haken? Das Gute ist, man kann die auch innerhalb der Röhre besiegen. Kann man die hier nicht sogar irgendwo rein? Röhre ich mich da? Ja, ich höre mich da. Ich brauche es gar nicht versuchen eigentlich. Zack. Zack. Kommen hier rein? Ja, kommen wir sogar. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ähm... Komm ich da noch ran? Nö. Für die Punkte. Äh... Geht das? Ach... Ist mir jetzt auch egal. So... War nur eine Verlängerung für die Yoshi-Coin. Das war jetzt eigentlich sogar eher unbeabsichtigt, aber... das Ding nervt mich. Mist. Ich will so eine... so eine Box berühren. ist anscheinend gar nicht mal so einfach, deswegen lasse ich es einfach. zack. 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 Auf die Yoshi-Coin? Ja. Ah... Zack. Aber auf die Yoshi-Coin achte ich sowieso nicht. So, jetzt müssen wir es mal explizit ausprobieren. Komm her. Nein, eben genau nicht so. Ja, es funktioniert. Das wollte ich nur wissen. Zack. Äh... Ja, Zeit wird knapp. Ich sollte mich mal etwas beeilen, weil... ich habe mir echt viel Zeit gelassen. Ja, komm. Immer noch nicht im Ziel, als ob... Ja, Mann. Ja, 40. Sind zwar keine 50, aber 40. 50 ist das Beste, das ich bisher hatte, und das ist glaube ich auch insgesamt das Beste. Hm, ich weiß jetzt nicht. Es heißt zwar Vanilla Secret, aber... es ist für mich nicht Vanilla Dome. Zu dieser Höhle will ich noch abschließen. Ach, bei dieser Musik, da weiß man immer schon, was einer erwartet. Und zwar... Sachen, die einen nicht erwarten. Die man nicht erwartet. Zack. Zack, zaaack. Ja, ich renne hier ziemlich durch, aber... Geht der Part zu lange. Ich will es nicht wieder splitten. Tup, 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 tup. Ach ja, der Trash. Zack. Ach, Mann. WTF. Ach, das hätte ich mir... denken können. So, jetzt. Einfach durch. Und das war's. Und jetzt noch schnell die Burg. Ich habe gerade eben für das Level so lange gebraucht und jetzt innerhalb von... eineinhalb Minuten. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht genau. so. Hier ist auch Lemmys Castle. Ach, hier ist Karmik. Sehr schlechte Idee. Sehr schlechte Idee. Ich will es nochmal betonen. Sehr schlechte Idee. Ich würde gern Karmik loswerden. Stürb doch! Er stirbt nicht! Ja komm, schieß... Schieß es ab. Und geh weg. Herr Toll, äh, ich hab das Gefühl, dass... Traum. P-Switch. Der bringt mir exakt was. Das. Geh rein! Oh, Junge. P-Switch knapp. Karmik hängt mit ab. Das ist auf jeden Fall perfekt gelaufen. Ich weiß gar nicht, wann man da rein muss. Ja toll, wenn ich das schon wieder sehe hier. Ah, ich glaub hier kann man sogar stehen, oder? Jupp. Böser zwei Bones. Okay, man kann ihn nur mit Feder besiegen. Also komplett. Ja, ich warte lieber ab. Zack. Geh weg. Das ist unfair. Naja. So, ich hoffe diesmal läuft's besser. Zweiter Versuch. Ich hab mir auch mit Mario direkt wieder mal ein Power abgeholt. Ich werd ungeduldig. Ich werd ungeduldig. Es ist nicht gut. Ah, das warte ich lieber ab. Na komm, na komm, na komm. Nicht mit mir. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab sehr viel Angst. Gut. Warum soll ich dieses Feature nicht nutzen? Ich bin natürlich wieder genau im falschen Moment losgelaufen. Aber mit Fehler ist diese Passage deutlich einfacher. Die Schwierigkeit soll ja sein, dass die ganzen Knochen trocken einem da im Wechsel herumlaufen. Aber die hab ich einfach mal eliminiert, so. Einer ist der echte. Ja, zum Beispiel. Zack. Los. Spring drauf. Das war's, oder? Ja. Gut. 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 Sehr gut. Ja, ich muss wirklich mal schauen, wie ich das mach mit dem Part Splitten. Es kann sein, dass das Herzwegekommen so überhaupt nicht übereinstimmt, aber das sollte jetzt eigentlich auch keinen interessieren. Mario has triumphed over Lemmy Cooper of Castle 3. Mario's Quest is starting to get much more difficult. Have you found the red and the green switches yet? Genau das hab ich. Mich kannst du nicht überraschen. Das nächste Mal geht's dann mit der nächsten Welt weiter. Unsichtlich. Und dann ein Schuss.